Unsere Villager-Astronauten haben zwei brandneue Planeten entdeckt. Hä? Diese zwei Planeten sind komplett unerforscht. Das heißt doch, nie war ein Villager auf einem von diesen Planeten. Was verbirgt sich bei diesen mysteriösen Planeten? Wow, 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 warte mal. Habt ihr das gehört, Leute, was gerade in den Nachrichten aufgesagt wurde? Es wurden einfach zwei neue Planeten über Simucris City entdeckt? Das heißt, auf diesem Planeten kann sich vielleicht ein riesiger Schatz befinden. Ich meine, da war noch nie jemand drauf. Okay, warte mal. Ich muss der Erste sein, der auf diesen Planeten geht. Das heißt, ich brauche eine Rakete, Leute. Und zum Glück habe ich was letztens gebastelt. Meine Freunde Lea, Nelly, Simlaki, Billy oder Luke oder auch Orksi haben bestimmt keine Rakete. Lass mal schauen, haben die vielleicht auch was davon mitbekommen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich bin der Erste. Ich hoffe echt, dass Simlaki davon nichts mitbekommen hat, sonst will der erst erst bei diesem Planeten sein. Aber ich werde den Schatz finden. Warte mal, was macht Simlaki dort vorne? Also, du willst herausfinden, wie man so stark wird wie ich? Damit du Nelly beeindrucken kannst? Du willst ein Sixpack, weil du einen Crush auf Nelly hast? Äh, Leute, was geht da ab bei Simlaki, Junge? Okay, das heiße Nelly hat nichts davon mitbekommen. Der will irgendwie Nelly beeindrucken oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, dann kann ich jetzt schnell zum Planeten. Leute, lasst schnell zu meiner Rakete gehen, damit ich schnell zum Planeten fliegen kann. Und dann der Erste dort bin, der Erste Mensch auf dem neuen Planeten. Leute, lasst alle schnell ein Like da unten, ein Abo, damit ich zu meiner Rakete komme. Schnell, 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 Freunde. In 3, 2, 1 und 0. Schnell, schnell abonnieren. Wow, let's go, Leute. Wir sind zu meiner Rakete gekommen. Äh, warte mal. Was macht Nelly hier? Und was ist das hier? Ist das etwa ihre Rakete? Okay, was machst du denn hier? Hey! Äh, nichts, Nelly. Ich wollte einfach nur mal Hallo sagen. Ja, ich wollte nicht ins Weltall fliegen. Okay, ist das daneben etwa deine Rakete? Und warum ist die größer als meine? Ähm, nee, das ist nicht meine Rakete. Ich glaube, das ist die Blackie. Guck mal, die ist rot. Das ist auf keinen Fall meine Rakete. Okay, beiseite. Die zwei Planeten, die entdeckt wurden, die gehören mir, damit du mich verstanden hast. Ähm, ja, wollen wir wetten, dass deine Rakete nicht mal bis da ganz nach oben hinkommt, bis zu so einem Planeten, die neu entdeckt wurden? Weil meine Rakete ist viel besser als deine. Sicher? Deine ist vielleicht größer, aber meine ist aus Dirt innen drin. Warte mal, deine ist aus Erde innen drin? Haha, meine ist aus Diamanten innen drin. Und Diamanten sind viel besser. Okay, ich würde sagen, hm, schau mal, hast du aber auch einen Helm an, so wie ich? Schau mal in die Truhe. Schau, sowas hast du bestimmt nicht. Ihr habt eine richtige Astronautenrüstung. Und schau, zack und bumm. Hä? Warte mal, du hast einen Astronautenhelm? Woher hast du den denn? Haha, den hast du nicht, ne? Ach Nelly, denkst du wirklich, ich bin ein Anfänger-Astronaut? Ich bin sowas von ein richtiger Astronaut. Schau mal, was ich in der Truhe habe. Hm, bestimmt so eine richtig schmutzige Rüstung, oder nicht? Ha, das denkst du doch nur. Ich habe die Netherite Space Helmeltrüstung. Oh yeah, hier habe ich Netherite Space Boots. Das sind also Netherite Stiefeln für das A-Leute. Schau mal, wie OP die sind. Und boom. Hä? Uri, warte mal, was hast du für eine dicke Astronautenrüstung an? Oh ja, die ist richtig OP. Und deinen mickrigen Helm, den habe ich natürlich auch. Haha, das ist doch gar nichts für mich. Hm, egal, ich bin als erstes bei den Planeten. Ciao, ciao. Hey, hey, warte Nelly, warte. Hey, warte Nelly, warte, warte. Hä, was soll das? Oh nein, sie startet, sie startet, sie startet. Ciao, ciao, Uri, ich bin als erstes bei den Planeten, die gehören mir. Was? Oh nein, oh nein, oh nein, aber da sind noch zwei... Oh, Leute, warte mal. Was zum... Ihre Rakete funktioniert wirklich. Ihre Rakete funktioniert wirklich. Nein. Tschüss, Uri. Haha, Nelly, komm zurück. Okay, wisst ihr was? Es reicht mir. Bam, rein in die Rakete. Ich starte jetzt auch. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und... Let's go, Nelly, ich komme. Oh. Nelly, ich überhole dich. Oh, Leute, was passiert hier? Wir fliegen zu einem Planeten. Wow, ist das krass, Freunde. Oh, wie weit oben sind wir schon? Alter, es hört nicht mehr auf. Wow, Leute, wir landen. Oh, da vorne ist die Sonne. Wir sind auch immer in unserem Solarsystem. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich hoffe, ich bin vorne, Nelly da. Ich bin vorne, Nelly da. Wir landen auf dem Planeten. Yo, was geht ab, Leute? Warte mal, wir müssen gut landen. Und wow. Oh, Freunde, war das eine anstrengende Reise. Schnell weg mit der Rakete, Leute. Warte mal. Hier, zack. Das ist ab jetzt sofort mein Planet. Ugris Planet, Leute. Ich bin der erste Mensch auf diesem Planet. Let's go. Äh, Nelly? Ich war als erstes da. Ha, ha, ha. Let's go. Oh, Mann. Ernst, Ugris? Aber weißt du was? Schau mal, da hinten ist ja noch ein Planet. Der gehört mir. Ciao, ciao. Ha, ha, ha. Stell dir den. Hey, ich stehe geblieben. Das ist auch mein Planet. Warte mal. Er ist ja voll klein. Äh, okay, Nelly, die kannst du gerne haben. Das ist ja voll ein Mini-Planet, Junge. Ha, ha, ha. Wow, da hinten ist ja einfach die Erde. Man sieht die von diesen Planeten hier aus. Hm, und schau mal, das ist mein Planet. So, zack. Jetzt platziere ich die Flagge hier vorne. Hä, warte mal. Nelly hat einen neuen Planeten, oder was? Lass mich mal vorbeischauen. Wow, das ist Nelly's Planet. Aber Nelly, dein Planet ist aber ein Dirt-Planet, ein Pups-Planet. Und meiner ist richtig stark. Der ist aus Stein. Und weißt du was, Nelly? Ich werde meinen Planeten noch viel cooler machen. Nee, ich werde meinen Planeten viel cooler machen. Und ich mache ein richtig cooles Haus hier rein. Ich mache es in rosa Farben, weil ich liebe die Farbe rosa. Und ich mache meinen Planeten blau, weil ich liebe die Farbe blau. Ich würde sagen, Nelly, in 10 Minuten vergleichen wir. Und mal schauen, wer in 10 Minuten einen cooleren Planeten baut. Ich mache einen riesigen Planeten. Und du kannst also mit deinem Mini-Planeten arbeiten. Mein Mini-Planeten wird aber trotzdem cooler als deiner. Auch wenn er kleiner ist, heiße ich direkt, dass er schlechter ist. Oh, doch, genau das wird er. Okay, Freunde, wir müssen uns bei. Wir müssen in den Kreativ-Modus. Also, falls ihr noch nicht keinen Like da lassen habt, dann jetzt alle liken, damit ich in den Kreativ-Modus komme. Und boom. Wow, jetzt haben wir unsere ganzen Materialien, um hier vorne den coolsten Planeten zu bauen. Als erstes würde ich sagen, markieren wir uns hier vorne die Stelle in der Luft, indem wir einfach Splash-Position 2 eingeben. Dann gehen wir hier einmal rüber auf die andere Seite. Und wir müssen uns noch die ersten Positionen markieren. Und die wird hier unten sein, unter dem Planeten. Bam, Leute. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Und jetzt gehen wir ein Slash-Slash-Replace Cobblestone. Weil wir wollen unsere Planeten nicht aus Cobblestone haben. Der ist nämlich gerade aus Stein. Und wisst ihr, was ich den haben will? Ich will den aus Diamantenblöcken haben. Und boom, Leute. Let's go. Das ist der Diamantenplanet ab sofort. Ey, wie cool sieht das denn bitte aus? Und was macht Nelly da? Ein lila Wollenplaneten. Junge, wenn die Sonne ein bisschen zu stark einscheint, dann wird die Wolle wegbrennen. Haha, und vielleicht brenne ich sie auch gleich weg. Weil mein Planet ist richtig sicher mit Diamantenblöcken. Oh yeah. Und jetzt, Freunde, machen wir hier ein richtig cooles Diamantenschloss noch hin. So, mal schauen, ob wir hier eine richtig coole Basis platzieren können. Und wow, ist hier riesig. Aber die ist nicht so richtig auf den Planeten drauf. Mal, wir nehmen uns mal die Flagge hier weg. Wir wollen die Basis jetzt hier vorne hin platzieren. Nelly hat niemals in ein paar Sekunden so eine schöne Basis wie ich platziert, Leute. Die ist so krass. Wir schauen gleich natürlich bei ihrem Planeten vorbei. Aber erst mal müssen wir hier vorne die Stelzen zu Ende bauen, sodass die Basis hier auch gut steht. Und gleich schauen wir uns unsere Basis auch noch von innen an. Ich glaube, die ist richtig krass. Das ist einfach so eine Science-Fiction-Planeten-Ultra-Basis, Leute. Die ist sogar super sicher, glaube ich. Boah, schaut euch die mal an. Die passt perfekt auf meinen Planeten drauf. Was hat Nelly denn dort hinten gebaut? Haha, das ist so klein. Und schaut mal, wie riesig meine Basis ist. Hier ist sogar ein ganzer Helikopter drauf, den man wahrscheinlich sogar fliegen kann. Ey, sollen wir mal austesten, ob wir mit dem fliegen können? Warte mal, Leute. Mit diesem Helikopter kann man, glaube ich, nicht fliegen. Aber ich weiß auf jeden Fall, mit welchem Helikopter man fliegen kann. Position 1, Slash, Slash, Kart, Bam, Vektor, Ups. So, hier vorne machen wir unsere Helikopter-Landestation auf unserer Basis drauf. Sag, hier vorne einmal ein Diamanten-H für Helikopter-Station. Und jetzt nehmen wir uns einen Helikopter aus dem Inventar. Ja, ähm, was haben wir denn hier vorne? Boah, wir nehmen uns am besten hier so einen blauen, ne? Weil blau ist meine Lieblingsfarbe und es passt perfekt an, Leute. Ui, yo, let's go, ey. Wie cool sieht das denn aus? Können wir uns da jetzt reinsetzen und fliegen? Oh ja, es funktioniert wirklich. Alter. Ja, ich bin ein Astronaut und bin in meinem Raumschiff sozusagen. Und, wow, let's go. Oh, ho, ho, ho. Wir sind ja richtig schnell. Okay, sollen wir mal einen Besuch abstatten bei Nelly? Oh, nein, ich... Okay, Motor starten wieder. So, zack, wir besuchen mal kurz Nelly. Mal schauen, was die dazu sagt. Die hat meine Basis noch gar nicht gesehen. Und let's go, rüber da. So, Nelly, ich besuche sie mal kurz. Ah, nein, ich bin ausgestiegen. Ey, ich freu, ich kann... Ich hab... Ich sag echt, Leute, ich hab keinen Helikopter-Führerschein. Hm, was höre ich denn hier? Haha, Nelly, das bin ich in meinem Helikopter. Wow, Uchi, was machst du da vorne? Hey, nicht in mein Haus rein. In dein Haus rein, kaputt, Junge. Puh, ha, ha, ha. Oh, yeah. Nelly, hast du mal gesehen, wie mein Haus aussieht? Wow, was hast du da für eine riesige Partis? Oh, ja. Ich bin halt der Profi, Leute, im Bauen. Haha, ich bin ein kleiner Hacker. Und jetzt würde ich sagen, ah, nicht gegen das Haus. Wir müssen da oben wieder landen. Aber wie machen wir das? Wir müssen ganz da oben. Und komm schon, komm schon. Gut landen, gut landen. Schaffe ich das? Uchi, du kannst nicht mal Helikopter fliegen. Na klar kann ich das. Schauen, wie gut ich hier lande. Und... Wow, let's go! Ey, perfekt gelandet, Leute. Was für kein Helikopter fliegen. Okay, Leute, lasst uns jetzt mal unsere Basis von innen anschauen. Ich meine, die ist ja richtig cool. Hier vorne ist sozusagen der Eingang. So, zack, zack, zack. Hier kann man sozusagen reingehen in unsere Planetenbasis. Und was haben wir hier? Direkt so einen richtig schönen Ausblick. Boah, hier vorne ist ein Glas und da sieht man eine riesige Sonne. Hier kann man sich hinsetzen, Leute. Hier ist so ein Lampentisch. Boah, wie cool ist das? Okay, wisst ihr was, Leute? Wir gehen jetzt rüber zu Nelly, schauen uns ihre Basis an. Und danach schauen wir uns gemeinsam meine Basis an. Weil ich hab die selber ja noch gar nicht gesehen. Aber bevor wir das machen, brauchen wir noch irgendwas Cooles, Leute. Hm, was könnten wir noch Cooles hier platzieren auf unserem Planeten? Wir könnten zum Beispiel irgendwas in unserem Planeten bauen. Weil ich meine, hier ist auch richtig viel Platz, Leute. Unser Planet ist einfach von innen hohl. Hä? Was können wir hier innen drin hinbauen? Hm. Ich hab eine richtig gute Idee. Wir können eine Achterbahn hier hinbauen. Die von hier vorne bis ganz nach oben führt zum Beispiel. Dann können wir immer durch den ganzen Planeten mit einer Achterbahn fahren. Das wäre sowas von cool. Aber lass mal hier vorne überall Diamantenblöcke platzieren. So, zack, 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 zack. Von der einen Seite auf die andere Seite. Dann können wir einfach von der einen Seite vom Planeten auf die andere Seite fahren. Mit einer Achterbahn. Hier machen wir ein Loch rein. Auf der anderen Seite müssen wir auch ein Loch reinmachen. So, jetzt schnappen wir uns ein paar Schienen. Redstone-Blöcke dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann kommen hier vorne unsere ganzen Schienen hin. Zack, 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 Leute. Let's go. Ey, das ist sowas von cool. Ganz ehrlich. Und jetzt haben wir eine Schiene von der einen Seite auf die andere. Und jetzt machen wir noch eine nach oben, Leute. Da kann man einfach durch den ganzen Planeten die ganze Zeit cruisen. Wie cool wäre das denn? Okay, let's go, Leute. Sowas hat Lady bestimmt nicht, weil ihr Planet ist super winzig. Und meiner ist einfach so groß. Freunde, ich bin so gespannt, wer am Schluss den besseren Planeten baut. Ich hoffe, ich werde es sein, Leute. Gleich müsst ihr vergleichen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. In drei Minuten müssen wir vergleichen, Leute. Welcher Planet cooler geworden ist. Und dann seht ihr auch mein Haus. Das wird super spannend. Und jetzt kommen hier vorne ganz viele Schienen wieder hin. So, bis ganz nach unten. Und gleich fahren wir mal die Achterbahn. Und mal schauen, wie die sein wird, Leute. Ich hoffe, die wird richtig cool. Das macht sowas von viel Spaß wahrscheinlich. Okay. Stappen wir uns mal in Lure. Und mal schauen, in welche Richtung wir fahren wollen. Also man kann einmal in die Richtung zu Nelly's Planet. Einmal in die Richtung. Aber wir wollen nach oben. Und let's go. Woo. Alter, wie schnell sind wir? Und wir sind direkt ganz oben angekommen. Ey, das geht mal sowas von schnell. Man kann sich ja dann richtig schnell fortbewegen. Okay, unsere Achterbahn im Planeten drin steht auf jeden Fall schon mal. Wir müssen die von hier vorne noch nach unten leiten lassen. Wow. Bis ganz nach unten, Leute. Und hier vorne gibt es dann eine kleine Kurve. Warte mal, klappt das überhaupt? Wir müssen hier so eine kleine Kurve reinmachen, Leute. Vorne kommt ein Diamantenblock hin. Zack, zack und zack. Let's go, Leute. Ich hoffe, das funktioniert natürlich. Jetzt können wir halt wirklich von unten bis ganz nach oben. Und dann hier vorne wieder runterfahren. Und wow, Alter, wow. Man denkt, man fällt hier vom Planeten runter, aber dann hier in die Mitte rein. Ey, let's go. Das ist so cool gemacht, ganz ehrlich. Und dann können wir auch direkt wieder zurück. Okay. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir noch irgendwas Cooles da oben platzieren. Und das machen wir schnell, weil wir wollen wirklich gewinnen, Leute. Wie wäre es, wenn wir hier vorne noch einen zweiten Turm platzieren, der bis ganz nach oben geht? Einen Sky Tower sozusagen. Ich mache mal Shashasham Load. Gut, und bam. Und jetzt werden wir das Ganze hier platzieren. Und zack, mal schauen, ob es funktioniert hat, Freunde. Freunde, alle Hashtag UchiPlanet, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Und dann werden wir auf jeden Fall gewinnen. Und mal schauen, ob es funktioniert hat. Yo, let's go. Wir haben jetzt hier eine zweite Basis platziert. Auf der einen Basis. Ey, der Hashtag UchiPlanet ist der coolste, Leute. Alle Hashtag UchiPlanet in die Kommentare. Let's see. Okay, wir müssen da vorne auch irgendwie hochkommen. Das heißt, wir machen hier mal eine coole Leiter hin. So eine eiserne Leiter. So, zack. Kommt hier vorne hin. Und jetzt können wir hier einfach hochklettern. Leute, Hashtag UchiPlanet ist der Beste. Aber sowas vorne. Okay, lass uns mal die Treppen hochgehen. Und da oben ist einfach eine zweite Basis. Und lass uns die mal genauer anschauen von außen. Da ist einfach eine Kanone. Ey, Freunde, die werden wir gleich austesten. Vielleicht können wir den Gastabschluss hier in TNT reinpacken, Leute. Und dann einfach diesen Planeten von Nanny abschließen mit einem ganzen TNT. Okay, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber. Die Zeit ist vorbei. Drei Minuten sind vorbei. Wir gehen jetzt rüber zu den Planeten von Nelly. Nelly, zeig mir deinen Planeten. Was hast du hier alles gebaut, Schönes? Hm, okay. Ich bin schon fertig. Und du bestimmt nicht. Ach, wenn du wüsstest. Schau mal, ich habe was viel Cooles gebaut. Hm, was ist das denn? Hä? Das müssen wir uns später genauer anschauen. Aber warte mal. Ich glaube, meins ist cooler. Hä? Was? Deins ist cooler? Ey, Leute. Ich weiß ja immer nicht, was da alles drin ist in dieser Basis. Aber die ist bestimmt richtig krass. Da gibt es bestimmt so richtig krasse Experimente und sowas. Deswegen schaut das wieder um mich bis zum Schluss. Okay, also ich habe gesagt, alle Hashtag UriPlanet in die Kommentare, weil mein Planet cooler ist auf jeden Fall. Nein, mein Planet ist cooler, auch wenn er kleiner ist. Deswegen alle Hashtag NellyPlanet, Hashtag Team Girls. Nein, Hashtag Team JungenPlanet, Leute. Alle in die Kommentare. Nein, Hashtag Team Mädchen. Nein, Hashtag Team Jungs. Nein, Hashtag Team Mädchen. Äh, Freunde. Ich würde sagen, ihr entscheidet in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Hm, na gut. Wir werden jetzt sehen, dass der Hashtag Team Mädchenplanet cooler ist. Okay, Leute, wir schauen uns den an und dann alle abschneiden Kontan. Okay, also zeig mal her, was ist hier auf jeden Fall, was hast du hier gebaut? Was ist das? Das ist ein kleiner, ist das so ein kleiner Turm oder was? Hä? Da passt man ja nicht mal rein. Was ist das denn hier vorne? Da kommt man ja gar nicht rein. Oh, Nelly, was hast du hier gebaut? Und was? Das ist so ein Aussichtsturm oder was? Oh ja, schau mal, wie cool der ist. Da oben kannst du sogar auf und zu machen. Brääh, man kann hier auf und zu machen. Aber das ist doch voll klein, ey. Das ist schon ein bisschen cool gebaut, aber es ist ja richtig winzig. Ey, ich würde das viel krasser bauen. Oh man, also irgendwie schon schön, Nelly, aber es sieht so aus wie so eine kleine Hütte in Japan, würde ich sagen, oder nicht? Oh ja, da lebt Nelly, der Samurai drin. Äh, warte mal, Nelly, das ist eine Samurai-Hütte. Du bist doch kein Samurai, Junge. Was ist das hier? Ein kleiner Fluss oder was? Wow, das sieht schon schön aus, muss ich ehrlich sagen. Aber weißt du was, Nelly? Ich mache den Fluss jetzt kaputt. Jetzt fließt das Wasser in deinen Planeten rauf oder im Planeten raus. Hm, egal. Okay, das sieht noch schöner aus jetzt. Ja, okay, also ich sage ehrlich, das ist halt zwar ganz cool und so, hier ist sogar ein Lagerfeuer und schön dekoriert und so, aber man muss ehrlich sagen, so mein Planet ist halt einfach cooler, weil der hat halt viel mehr Sachen. Komm mit, ich zeige dir den jetzt, ey, Leute. Jetzt sehen wir zum ersten Mal, was in der Bahn drin ist. Also erstmal, Nelly, warte mal, guck mal, wir haben hier vorne so eine richtig coole Achterbahn. Wir können in meinen Planeten reingehen, weil der so riesig ist. Und jetzt können wir mit einer Lore hier hochfahren. Komm mit, Nelly, setz dich hier rein. So, okay, mal schauen, ob das wirklich so cool ist. Und, ah, ah, Hilfe, Uri. Haha, Nelly, bist du lost, Junge. Let's go, nach oben da, Leute. Wow, hops genommen, Freunde, ne? Mit der Achterbahnacht, kriegt die richtig Angst. Hast du dir Pipi in die Hose gemacht? Nein, würde ich niemals machen. Hm, niemals würde ich Pipi machen. Ja, 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 Nelly, hast du richtig Angst bekommen, ne? Gib zu, Gänsehaut, oder? Und schau, das ist der Uri-Planet. Und jetzt zeige ich dir meine ganze Basis. Also hier vorne, komm mal erstmal zum Eingang. Leute, was erwartet uns denn? Das haben wir hier schon gesehen, okay. Oh, ich gebe dir eine kleine Roomtour, Nelly. Schau, schau, schau. Wir haben hier vorne unsere Basis. Ja, hier haben wir einen Aussichtspunkt. Hier haben wir so ein kleines... Kann man sich ein bisschen hinsetzen, ein bisschen hinhocken. Ja, auf jeden Fall ist es richtig cool, oder nicht? Wow, okay, das ist so schön designt. Wie hast du so schnell alles gebaut? Ja, wir hatten nur 10 Minuten Zeit, aber ich bin der beste Bauer aller Zeiten. Komm rein, guck mal hier vorne. Ist ein Sofa. Und, ähm, warte, warte, da fehlt was. Äh, hier, zack. Hier kann man sogar im Weltall TV schauen. Was? Wow, wie cool ist das denn? Lass uns Sponsor-Schwammkopf schauen. Na, Junge, ich sage jetzt weiter, wie es weitergeht. So, zack. Und Sponsor-Schwammkopf ist zwar cool, aber weißt du was? Transformers muss man schauen. Hier im Weltall würde das voll cool sein, oder nicht? Hm, nee. Nelly schaut lieber ein Horn. Hm, ich meine My Little Pony und Miraculous. Hä, Miraculous und My Little Pony? Was sind das denn für sie? Den kenne ich gar nicht. Junge, guck mal, hier ein Tintenfisch auf deinen Kopf, Alter, Nelly. Und hier vorne haben wir eine richtig coole Dusche. Ey, sowas hast du bestimmt nicht. Mit einem richtigen Duschkopf, Leute. Schauer, guck mal, hier vorne haben wir eine richtige Dusche, Leute. Die kann man sogar anmachen. Und bam, zack. Hier, guck mal, hier troffst du es jetzt runter. Du hast verstanden, ich nehme eine Dusche, Junge. Hm, Uri, das soll Innenhelm an. Du kannst dich eh nicht duschen. Oh, stimmt. Egal. So, zack, die Dusche machen wir wieder aus. Jetzt geht es hier auf die Toilette. Hier haben wir so ein Spülbecken. Toilette haben wir hier auch. Du sitzt gerade auf der Toilette, Nelly. Ah, hier geht's ekelig. Ja, komm mit, weiter geht's. Das war der Toilettenraum. Aber jetzt geht es wirklich rund, Junge. Schau dir das, Mann. Schildkröteneier. Die esse ich zum Frühstück. Was, okay, du Fissling. Das darf man nicht. Orksi wird richtig sauer, wenn er das weiß. Nein, es war Spaß. Ich esse natürlich keine Schildkröteneier. Ey, aber ich hab gehört, Leute, dass Orksi ein Geheimnis hat. Er liebt zwar Schildkröten, sagt er immer in den Videos. Aber in Wahrheit, er sagt das immer nur, weil er in Wahrheit Schildkröteneier isst. Fast, die bald. Oh, doch, Leute. Alle Hashtag Schildkröten-Gang in die Komp-Scharre, falls ihr Schildkröten liebt und man die nicht essen sollte. Und frag mal Orksi, was das soll. Hier vorne kann sogar Orksi's Zimmer sein, weil hier ist so eine grüne Tintenfisch-Dings da. Ich hab für jeden unserer Freunde ein Zimmer gemacht. Schau. Und hier vorne ist ein Umkleideraum. Oh ja, zwei Betten. Da können wir zusammen schlafen, Nelly. Äh, okay. Ich schlafe auf keinen Fall mit dir in einem Bett. Ähm, ne, warte, natürlich nur Spaß. Oh, Mann, Leute. Ich bin doch nicht so lucky. Ich hab doch keinen Crush of Nelly, oder? Oh ja, und das war alles. Das war unser schöner Raum. Let's go. Aber warte mal, das war doch nicht alles. Nelly, jetzt geht's in die zweite Etage von unserer Basis. Oh, jetzt bin ich echt gespannt, was uns erwarten wird, Leute. Und mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Hä, Uchi, ich dachte, du weißt schon, was da kommt. Du hast doch selber gebaut. Äh, ja, ja, ich hab das selber gebaut. Komm mit, komm mit, komm mit. Und mal schauen, was wir hier haben. Wow, wir haben hier gar einen riesigen Lagerraum. Okay, das darf auch nicht fehlen. Aquarium haben wir auch, Freunde. Nicht schlecht. Hm, was haben wir hier noch? Wow, 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 wow. Das ist eine richtige Space-Station. Hier kann man sich so hinsetzen und chillen. Und hier kann man essen. Und hier ist sogar eine Küche. Stimmt, die Küche brauchen wir auch, natürlich. Wow, wie cool ist das denn bitte sehr. Und wir haben sogar einen Gymraum. Wow, wir können hier Benchpress machen, Bank drücken. Hm, Uchi, ich geh nicht ins Gym. Ja, und ich geh ins Gym, Junge. Aber sowas. Von mir haben wir ein Laufrad sogar. Ein Laufband, meine ich. Ey, das ist so cool. Und hier ist ein Boxsack. Und schau mal, meine Box-Fürdigkeit. Guck mal, wie stark ich bin. Ich bin so krass im Boxsack, dass ich den ganzen Boxsack jetzt wegboxen werde. Und boom, Junge. Wow, Uchi, du bist ja richtig stark. Ja, viel stärker als Simlucky. Oh yeah. Ja, stimmt. Simlucky ist echt richtiger Schwächling. Haha, was hast du gesagt? Oh, Mann, das ist schon lustig, Leute. Da ist die Küche. Die Küche sieht sowas von modern aus. Und guck mal, hier mit dem Glas sieht man so einfach so eine coole Aussicht, Leute, auf dem Planeten. Ey, ich stelle dir vor, ihr würdet einfach im Weltall leben. Wie krass wäre das denn? Freunde, am Schluss schauen wir uns die Kanone an. Mal schauen, ob die funktioniert am Schluss. Aber erstmal gehen wir jetzt nochmal nach oben. Und mal schauen, was hier oben ist. Wow, okay, hier geht es weiter nach oben. Alter, wie weit nach oben geht es, Siml, bitte sehr. Zack. Okay, hier haben wir so einen Aussichtspunkt wieder. Okay, sehr cool. Was haben wir hier hinten? Oh, Leute. Das war ja schon alles. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer Kanone. Und mal schauen, ob wir die jetzt auf Nellys Planeten abschließen können. Das wäre sowas von lustig. Jetzt schauen wir auf dem Planeten von Nelly. Und dann musst du einfach bei mir in meinem Zimmer mit mir schlafen. Äh, Uri, was hast du vorher mit dieser Kanone? Äh, nichts, nichts. Ich wollte dir noch diesen coolen Pool zeigen. Guck mal, hier kannst du ein bisschen schwimmen, Nelly. Wie wär's? Nee, es ist ein bisschen kalt, Uri, hier im Weltall, ne? Ja, okay, du hast recht. Aber wir sind ein bisschen näher an der Sonne, habe ich das Gefühl. Weil die Sonne ist eigentlich voll nah dran. Also müsste es eigentlich wärmer sein. Ja, mir ist es auf jeden Fall kalt. Und ich werde mich jetzt auf keinen Fall ausziehen und einen Ballanzug anziehen. Uri, das wirst du noch gucken. Äh, nein, würde ich niemals machen. Okay, Freunde, ich würde sagen, lass mal hier vorne jetzt mit der Kanone Nellys Planeten abschließen. Mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Das wäre sowas von cool. Okay, lass uns mal ein bisschen Dynamit schnappen. Äh, Nelly, wir haben nichts Schlimmes vor. Nichts Schlimmes wirklich. Uri, mein Planet ist viel cooler. Also bis jetzt. Hä, wie, dein Planet ist cooler? Nee, jetzt zeige ich es dir aber, Leute. Jetzt reicht es mir. Guck mal, hier, Leute, wir schnappen uns das Dynamit hier vorne. Oh yeah, oh yeah, Leute. Und jetzt ballern wir das ab, Freunde. Jetzt ballern wir den Planeten ab. Uri, was hast du da in der Hand? Ja, Hashtag TeamMater oder Hashtag TeamJungs? Hashtag TeamMater. Natürlich, mein Planet ist viel cooler als deiner. Hä, das ist ein richtiger Mini-Planet. Und schau mal, gleich hast du gar keinen Planeten mehr. Boom, let's go. Ha, ha, ha. Alles fällt auseinander. Okay, was soll das? Hä, was meinst du denn? Das ist doch nichts Schlimmes hier. Ah, ah, Hilfe. Oh nein, Leute. Drück schnell auf die nächsten Folgen. Lass ein Like, noch ein Abo. Ciao, ciao. Oh, I believe I can fly. Leute, aktiviert die Glocke. Auf die nächste Folge drücken. Ich werde das nicht überleben. Außer er drückt jetzt schnell auf die nächste Folge. Ah, ciao, ciao.